Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar. Diesmal ein Mittwoch aufgrund der Feiertage und aufgrund einer längeren Osterpause sozusagen. Jetzt hier am Mittwoch 30. März wieder am Start für Sie bis zum Ende der Woche. Wir läuten dann sozusagen auch den April alsbald schon ein und es soll natürlich hier weitergehen für die kommenden Monate. Und das auch, wie schon häufiger angekündigt, unter saisonalen Gesichtspunkten. Ergo, dass wir hier uns immer wieder mal auch Währungspaare unter Swing- und Positionstrading-Gesichtspunkten ansehen, die hier sehr, sehr interessant scheinen. Und wir hatten hier Anfang März, Sie erinnern sich vielleicht, den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen im Fokus, der sich hier, und wir sehen hier rechts oben im Chartbild, die saisonalen Tendenzen bzw. den charttechnischen Verlauf und hier die Erwartungshaltung im Sinne der saisonalen Tendenz. Und ja, das war mehr oder weniger ein absoluter Volltreffer. Der Preis, die Preisentwicklung beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hielt sich hier an den Fahrplan und hat sich hier entsprechend einer Aufwertung unterworfen. Denn der Punkt war auch, dass wir hier eine kleine Range hatten. Ähnlich ist übrigens aktuell beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, den wir morgen beim Devisenradar unter die Lupe nehmen werden. Das heißt, wir haben hier einen Preisbereich, zwischen dem der Markt oder vielmehr das Währungspaar immer wieder pendelte. Dann beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hier mit Schlusspreis erster Dritte. Der Startschuss für eine Aufwertung bis zum 1.3. und genau das geschah auch. Also hier wirklich vortrefflich. Es wurde sogar orakelt, will ich fast sagen, dass es hier einen leichten Rücksetzer und auch nochmal eine Attacke hier an 86,35 etwa geben könnte. Das hier ein Widerstandsbereich, vor dem wir hier aktuell auch nahezu punktuell verweilen. Und man sieht, das Währungspaar baut hier weiteren Druck auf. Also es ist zunächst hier am 14.3. an eben dieses Level herangelaufen. 13.3. war offiziell auch der Schluss oder der empfohlene Schlusspreis aus diesem saisonalen Setup. Und man sieht auch direkt tags drauf, die Tage drauf, ging es dann runter. Aber der Markt hat sich hier nicht groß zur Schwäche umkehren lassen. Wir sehen vielmehr, dass sich hier im Bereich 84 eine Unterstützung gebildet hat. Ja, hier sehr schön der Preisverlauf zu sehen. Und ergo der Preis von hier wieder nach oben abgeschnallt. Und jetzt sind wir hier wieder vor dieser Widerstandszone, vor diesem Widerstandsbereich knapp über 86 Yen. Und das ist wie gesagt eine sehr, sehr interessante Zone, die hier schon einst bis zum Januar hier als Unterstützung diente. Zuletzt dann hier Ende Januar nochmal bestätigt wurde. Und das Ganze eben auch hier im saisonalen Kontext zur Mitte des laufenden Monats. Und jetzt haben wir eben genau dieselbe Situation. Ich kündige dir das an, dass wir hier wieder ein saisonales Setup vorliegen haben. Ich zeige Ihnen kurz den Screenshot dazu. Austral-Dollarien Bullish mit dem Schlusspreis 30.3. bis zum 27.4. Also das sind hier 20 Trading Days, 29 Kalendertage. Das ist eine große Hausnummer. Aber wenn wir uns ansehen, was die Statistik sagt, das ist im Prinzip eine Trefferquote von 80%. Während der letzten 10 Jahre führten im Prinzip 8 Trades ins Ziel. Und wie das hier verlief, sehen Sie anhand der symbolisch dargestellten Equity-Kurve. Hier sehen Sie auch entsprechend das Long Setup, welches sich hier wie gesagt in 8 von 10 Fällen verwirklichte. Im letzten Jahr hier auch nochmal exorbitant, sogar der Close hier am 27.4. auf hoch, auf dem höchsten Niveau. Das sind also hier praktisch die entsprechenden Candles. Die Schattenwürfe, so will ich es mal nennen, sind hier entsprechend die Hochs und die Tiefs auf der Südseite. Und Sie sehen, es gab auch hier natürlich Verlustjahre 2014, 2012. Aber 2015 nochmal ein sehr, sehr starkes Jahr. Und jetzt ist die Frage, wie es dieses Jahr wird. Das wissen wir nicht. Letztlich haben wir nur diese Indikation, diese Vorausschau in Sachen der Saisonalität, die sich auch hier durch den Forex Bull nochmal sehr schön darstellen lässt. Das heißt, Sie sehen hier bis insbesondere hier zum 7.8. April haben wir hier eine sehr, sehr starke Phase von Saisonalitätsimpulsen. Dann kann es einen leichten Rücksetzer geben, aber bis zum 27. spricht eigentlich nichts dafür, dass wir weitere Hochs machen. Das Ganze wird jetzt hier auch technisch begleitet durch einen möglichen Ausbruch über 86,35 Rund. Sollte dies geschehen, dann hat das Währungsparfie mehr Chancen, hier in Richtung 90,90 Plus anzusteigen. Also hier wieder eine sehr, sehr schöne Situation. Prallt der Preis nochmal ab? Kann es hier zu einer leichten Konsolidierung kommen? Ergo dürfte das aber nichts daran ändern, wenn wir über 86,35 rausziehen, dass die nächste Bullenpower hier Einzug hält und sozusagen der Markt weiter anzieht. Kritisch wäre es, das ist technisch sehr schön einfangbar, unter 84 Yen. Also mal aufpassen, was passiert. Sollte das Preisverhältnis, das Währungsparfie hier unter 84 Yen zurückfallen, dann wäre das sicherlich eine Situation, die man überdenken müsste. Das saisonale Setup also ergo dann hinfällig, aber danach sieht es eben augenblicklich nicht aus. Wir haben einen Druckaufbau gesehen von Mitte März oder bis zur Mitte des Monats März. Dann jetzt hier eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Und jetzt steht hier im Prinzip der nächste Ausbruch auf der Agenda und das ist genau das, was das Währungspaar sehr, sehr interessant macht. Insofern Austral-Dollar-Yen im Auge behalten. Zum US-Dollar-Yen, wie gesagt, gibt es morgen nochmal ein schönes Video. Da habe ich zwar jetzt nicht direkt ein saisonales Setup, aber charttechnisch sind wir da in einer sehr schönen Range, die man auch durchaus handeln kann. Aber Austral-Dollar-Yen hier noch viel interessanter augenblicklich mit dem heutigen Schlusspreis. Mal abwarten, wenn sich der Preis heute hier über 86,35, 86,40 rausschieben sollte, dann wäre das hier im Sinne dieser Erholungsbewegung seit Februar ein prozyklisches Kaufsignal. Also sehr, sehr interessant. Mal abwarten, wie es kommt. Letztlich wird der Markt die Regeln und die Entscheidung treffen. Aber wir haben hier zumindest mal einen Bias, der sehr, sehr erwartungsvoll reinschaut, ausblicken lässt und insofern interessant wirkt. Das, meine lieben Zuschauer, wäre es dann praktisch heute schon wieder in aller Kürze und Würze gewesen in Sachen Devisenradar. Aber die Osterwoche dahingehend ja auch immer ein Stück weit tricky, wenn Sie mögen. Heute Nachmittag gibt es nochmal das JFD-Devisenradar-Webinar. Da werden wir auch nochmals alle anderen Pairs, MajorFX-Pairs unter die Lupe nehmen und so ein Stück weit die Tendenz für April ausloten, um dann mal zu schauen, was auch insbesondere EURUS-Dollar noch zu bieten hat, nachdem gestern ja Janet Yellen hier nochmal für einen schönen 100-Pip-Auftrieb gesorgt hat. Das wird spannend. Wenn Sie mögen, können Sie sich kostenlos dafür anmelden. Ich sage jetzt erstmal Danke fürs heutige Dabeisein und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie in den Osterferien noch sind, dann natürlich diese. Genießen Sie die Zeit. Wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns alles bald wieder. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.